Im Laufe des Lebens verändern unsere Körperzellen ihre Funktionsfähigkeit und Bedürfnisse. Um Alltagsbelastungen standzuhalten, benötigt unser Körper Unterstützung durch Mikronährstoffe. Also beim Thema Anti-Aging ist es natürlich ganz wichtig, erstmal auf die Ernährung zu achten. Und tatsächlich alles, was wir über die Ernährung zuführen können, sollten wir auch über die Ernährung zuführen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung liefert viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Doch in besonderen Lebenssituationen haben wir einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Bei manchen Dingen wird es einfach schwierig. Omega-3-Fettsäuren. 1000 Milligramm am Tag wird empfohlen. Dazu müssten Sie jeden Tag fetten Seefisch essen. Wer macht das? Die wenigsten essen auch fünfmal täglich Obst oder Gemüse. Und auch dann entsteht einfach ein Mangel an Mikronährstoffen. Und den muss man irgendwo ersetzen und von daher ist es schon gut, dass es auch entsprechende Nahrungsimplemente gibt.